Der Ruben sang Let Me Love You und machte das ziemlich gut, muss ich sagen. Klang eigentlich gar nicht so schlecht, beziehungsweise die Stimme an sich war cool, aber er sang sehr, sehr lustlos. Und was man hier stark raus hörte, DSDS hat hier nachträglich Autotune draufgeklatscht, um die Stimme besser klingen zu lassen. Das merken wir vor allen Dingen daran, weil der H.P. Baxter meinte ja, boah, was für eine warme Stimme. Da muss man sagen, hä, die Stimme klang doch nicht warm. Warm bedeutet sozusagen, dass der Bassbereich sozusagen so eine Wärme hat und so, aber die Stimme klang ja sehr elektronisch durch dieses Autotune. Und an sowas sieht man, ja, DSDS faked nachträglich an den Gesangsleistungen rum. Aber okay, nett gemachter, leichter Autotune-Effekt, wobei es war relativ stark, ist ja nichts Verkehrtes, aber das als die normale Gesangsstimme den Leuten zu verkaufen, ist natürlich auch wieder fake, ist es schon fragwürdig. Und dann geht's. 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 Vielen Dank.